So, machen wir heute. Heute habe ich Motorwäsche gemacht. Der Auspuff fehlt ja noch. Da unten alles schön sauber. Ich hoffe, ich habe alles erwischt, was dreckig war. Ja, wie ihr seht, habe ich schon angefangen wieder langsam das dinge zusammen zu bauen. Ja, genau. Und das machen wir auch heute. Heute Verkleidung dran, die Seitendeckel, hier die Luft hutzen. Ja, muss ich so zeigen. Und hier innen alles. Hier innen die Verkleidung. Tank kommt später erst. Oder die Innenverkleidung erst. Ne, den Tank mache ich ja ganz am Schluss. Soweit, so gut. Dann wisst ihr schon Bescheid. Viel Spaß beim Zuschauen. Tchaik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020